Willkommen zurück zu Beta, Black Ops 3 und Schmarrn. Hey Jonah, Leute, man kann alle Waffen spielen. Leute, also, was ich gar nicht hab. Team Deathmatch. Hand. Also. Stell dir vor, du hast jetzt schon so krass gesuchtet, dass du dir immer sieben hast, dann rasierst du alles hin. Du zackst die Waffe jetzt auch nicht mehr wirklich, ne? Genau. Also ich find das Spiel richtig geil. Team Deathmatch. Einzelner Schütze. Das Kommando, sieh zu, macht mich stolz. Ah, wusste ich, dass er da rumhängt, Alter. Der kleine Wichser. Oh, sehr geil. Na, wo willst du denn hin? Ey, der denn unter Wasser ist am Abteil, ey. Oh, der gefällt mir, ey. Geil. Leid nicht getroffen. Outrider erledigt. Aber jetzt. Na, war ein Sniper. Drohne nähert sich. Ja, das Game ist nicht scheiße. Hab ich auch nicht gesagt, du teuer. Ja, aber wer weiß nicht scheiße. Hat ja auch keiner gesagt. Hä, wo sind die jetzt hin? Ja, hin gesprungen. Hä, hallo? Nein. Okay, ich war auf Achtergangsdruck, ne. Da bündete Hellstorm unterwegs. Oh, Mann, ey. Äh, labert nicht so viel, ey. Ich bin mir richtig auf den Sack, ey. Alter, das war die behinderste Hellstorm ever, Junge. Mann, scheiße, ey. Ja, ist klar, Leute. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ne, du musst, also da, also da steht eigentlich dann direkt dann, ja, sie müssen PC neu starten. Boah, Alter, jetzt kacke gehe ich dir auf, ey. Boah, Alter. Na, mit den Alpaka, mit denen stimmt auch grad nicht, ey. Feindliche Drohne gesichtet. Ey, das Spiel ist noch nicht mal 24 Stunden alt und schon hat der einen Hack am Laufen, ey. Ein feindlicher Hellstorm über uns. Ey, krieg hier ne Latte, ey. Irgendwann stimmt mit denen nicht. Richtig abgekackt, Alter. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne ist erledigt. Scheiß rum, wir sitzen hier, ey. Ach ne. Ja. Ja. Ah, die ist gleich dahinter. Nee, kann man nicht. Braffet, ausgeschaltet. Eiskalt, aber echt, ey. Scheiße, Mann. Gibt's da ja auch, ey. Ach, geh doch da hoch, ey. Ach, geh doch da hoch, ey. Na, siehste. Activision. Nein. Genau, das meinte ich, ey. Der hat da hoch so gehen, verdammt, ey. Oh, ey. Die schlagen uns, entwendet das Blatt. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Echt schon, ey, das. Bedrohung neutralisiert. Headshot. Ja. 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 Das war doch einer. Ja. 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 Ja, natürlich, das Haus war ja auch. Trotzdem erwischt. Äh, keinem Bogen特 hacerse. Äh, keinem Bogen. Es gibt gar nicht mehr die Leute, die da hat einen Mest vom Plan, auf ganzer Linie gescheitert. Was ist gern без Otto, alter? voll abgekackt alle so ja black ops 3 so ganz okay und dann noch einmal alle weiss ich spiel drei runden scheiße dreckgames scheiße tja so ist es heute ja meine frisse ja warte ich komme läuft auf den anfang richtig gut hier leute labert nicht so viel sehen wir uns im nächsten paar tüner oder hellen zu zu zu